Ich bespreche mal kurz die Mondaufgaben von der Seite 39. Bei der Aufgabe 1 erzählen die mir, dass der Mond erscheint wie so eine Kreisscheibe. Ich habe hier so eine Kreisscheibe von einem Zentimeter Durchmesser und einen Abstand von 1,1 Meter. Berechnen Sie daraus seinen Radius. Ja, und der Radius, also hier, das ist der Radius, da braucht man natürlich noch den Abstand. Und hier, d. Also es müssen von den vier Sachen, ich habe hier, statt Radius kann ich ja, oder 2r, also zweimal Radius zu Abstand wie 1 Zentimeter zu 1,1 Meter. Und in der Klausur würde ich klarer hinschreiben, also den würde ich geben. Den müssen Sie auch nicht aus der Formelsammlung raussuchen, den Radius. Und dann können Sie das einzig Gesuchte ausrechnen. Mir ist die so eine Aufgabe schon wichtig, weil das total simple Mathematik ist. Das ist einfach nur so ähnliche Dreiecke und die sollen Sie, vor denen sollen Sie nicht fürchten. So, bei der Aufgabe 2. Die Formel siderisch-synodisch haben wir nicht gemacht. Ja, also das müssen Sie nicht rechnen, aber verstehen. Also t siderisch ist 27,3 Tage. Aufgabe 3. Den Abstand, das war in der Kurzarbeit dran. Das ist einfach die Kurzarbeitsaufgabe. Die kann schon nochmal kommen oder auch nicht, je nachdem. Dann 4 geht es um die Geschwindigkeit. Sie sollten wissen, Geschwindigkeit V ist s durch t und in dem Fall einfach 2pr durch t. Also da muss man wohl den, und das ist jetzt nicht der Mondradius natürlich, sondern der Bahnradius des Mondes. Also dieser, oder was wir hier als d hatten, der Abstand Erde-Mond, der muss hier rein. T ist die siderische Zeit. So von oben betrachtet. 360 Grad. So, was haben wir noch? Aufgabe 5. Ja, das ist irgendwie, nee, das brauchen wir jetzt nicht. So, eine schöne Knobla-Aufgabe brauchen wir nicht. 6. Erläutern die Aussage. Ja, das ist wieder dieses schöne Dreieck. So, hier stehe ich. Ja, drum. Und hier ist der Mond. Und hier ist die Sonne. Okay. So. Und der Winkel durch Messer stimmt überein. Das heißt, es schaut so aus. Ja, das ist ungefähr der gleiche Winkel. Alpha. Das ist reiner Zufall. Sorgt aber dafür, dass bei einer Sonnenfinsternis, wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt, ja, dass das genau passt. Rein zufällig. Ja, könnte auch anders sein. Der Mond könnte größer, kleiner sein. Also meistens passt es, wenn der Mond ein bisschen weiter weg ist, dann haben wir eine ringförmige Sonnenfinsternis. Ja, genau. Und die Sonnenfinsternis, die haben wir schon besprochen. Genau. Gut.